Am Dienstag war das Paar in Manhattan, wo Meghan mit einem Award ausgezeichnet wurde. Nach der Verleihung steigen die beiden dann in einen SUV und Scharen von Fotografen sind hier um die beiden herum, schaulustige angeblich. Und laut Aussagen des Sprechers der Sussexes wurde das Fahrzeug von Harry und Meghan dann von Fotografen verfolgt, was zu mehrere beinahe Zusammenstößen mit anderen Fahrern auf der Straße und mit Fußgängern und zwei NYPD-Beamten geführt haben soll. Ja, es wird sogar von einer unerbittertlichen Erfolgungsjagd gesprochen, die über zwei Stunden angedauert haben soll. So, und das sind natürlich heftige Vorwürfe, wo gleich die ganzen Diana-Glocken läuten und man denkt, oh, 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 ist das jetzt Geschichte, die sich wiederholt. Aber es gibt Menschen, die dabei waren, die sagen, ganz so war das nicht. Also, wo fange ich an? Von vorne, fang doch vorne an. Ich werde jetzt natürlich nach dieser Sendung und nach unserem Podcast, werde ich natürlich wieder von Meghan-Fans beschimpft werden. Wie kann ich immer nur böse über diese Frau reden? Ich gebe mir ja wirklich Mühe, positiv über Meghan zu reden. Ich war ja Suits-Fan. Ich habe sie ja wirklich geliebt in der Serie. Ich habe sie geliebt, als sie nach England kam. Also, sie ist Harry-Dated-Meghan. Ich war ihm Glück. Und ich habe ihr wirklich jede Chance dieser Welt gegeben, genau wie halb England ihr jede Chance dieser Welt getan hat. Auf diesen Fall jetzt, als diese Meldung kam am Dienstag, bin ich natürlich auch total erschrocken. Weil auch bei mir sofort die Alarmglocken geläutet haben und ich sofort an Diana denken musste. Und das wäre natürlich nicht auszuhalten. Also, wenn die beiden jetzt auch von Paparazzis verfolgt worden wären, wenn es zu einem Unfall, schweren Unfall, ja, verletzt oder Todesfolge, darf man sich gar nicht ausmalen. Wäre das Schlimmste, Schlimmste, was passieren kann. Wir waren dann, wir haben uns das natürlich angeguckt. Wir haben ja auch Kollegen in Amerika. Wir haben natürlich alle Kollegen sofort losgeschickt. Und wir haben alle angerufen. Polizei, wir hatten den Taxifahrer auch sofort. Also, es gab ja dann auch einen Taxifahrer, mit dem die drei dann weitergefahren sind. Mit dem haben wir geredet, wir haben mit den Paparazzi geredet, wir haben mit der Polizei geredet. Und jetzt, ein paar Tage später, sieht dieses Bild komplett anders aus. Also, es wird eigentlich von Stunde zu Stunde schlimmer durch die Zeitverschiebung in Amerika. Dauert das ja immer ein bisschen, bis es dann bei uns ist. Was ich heute, also was wir heute erfahren haben, was wir heute berichten werden und berichtet haben, es war komplett anders, als die beiden das dargestellt haben. Also, erst mal, gleich am Anfang dachte ich mir, wie bitte soll man in New York eine Verfolgungsjagd hinbekommen über zwei Stunden? Jeder, der schon mal in New York weiß, es geht gar nicht. Traffic, Stau, es geht nichts vor, nicht zurück. Du kommst da im Zentimeter-Schritt, kommst du vorwärts. Also, da ist Traffic immer und zwar rund um die Uhr. Du kannst keine Verfolgungsjagd machen. So, da fing es schon mal an. Und dann fragt man sich natürlich, okay, wie soll das alles passiert sein? Also, die sind ja von dieser Preisverleihung, die sind ja da hingegangen und sind nicht wie alle anderen an dem Abend. Das war ja eine öffentliche Preisverleihung, sie hat ja diesen Preis entgegengenommen. Sie hätten einmal über den roten Teppich gehen können, hätten sich einmal den Fotografen zeigen können, wären alle im Glück gewesen, hätten ihr Foto gehabt, gut war's. Die sind durch den Hintereingang reingegangen auf die Veranstaltung, das ist so eine Herz-Auto-Vermietung gewesen, und sind auch wieder hintenrum rausgegangen. Da waren natürlich die Fotografen, die da stundenlang standen, gar nicht glücklich, aber gut, die sind dann losgefahren. Und mir wurde heute von unserer Kollegin in New York erzählt, die nämlich noch mal bei der Polizei war, noch mal mit der Fotoagentur gesprochen hat, die sind mit vier SUVs losgefahren, Meghan und Harry. Warte mal, die saßen in einem und dann gab es noch eine Kolonne mit drei anderen SUVs. Genau, es waren vier SUVs. Die zum Team Harry und Meghan kamen. Genau, und ein SUV von diesen vieren hat sich quergestellt und hat die Straße blockiert, damit kein Auto mehr durchfahren kann. Das geht auch nicht in New York, also du kannst nicht einfach eine Straße blockieren. Dann kam die Polizei, ja, das stimmt, aber die Polizei kam nicht, um die Fotografen wegzuscheuchen. Es waren auch übrigens, also wir haben uns Fotos angeguckt, da stehen drei Fotografen, nicht 20, wie erzählt wurde. Jedenfalls die Polizei kam, das stimmt. Die haben aber wiederum zu dem Team von Meghan und Harry gesagt, sie sollen sofort die Straße räumen, sie können nicht einfach eine Straße in New York blockieren. So, dann geht es schon mal los. Und die Polizeiautos, die man dann auch auf einigen Fotos sieht, die kamen nicht wegen Meghan und Harry, um die jetzt zu retten vor den Fotografen, sondern die Polizeiwache ist in der Nähe und es war aber gerade Schichtwechsel. Und deswegen waren da so viele Polizeiautos in der Nähe. Und der Taxifahrer hat uns ja auch erzählt, da war in keiner Sekunde auch nur eine Bedrohung oder dass man sich unsicher gefühlt hat. Taxifahrer, nur nochmal zum Verständnis, die sind dann aus dem SUV ausgestiegen und sind in ein Taxi gestiegen. Genau, haben wohl gedacht, dann können sie unerkannt weiterfahren. Aber auch das Taxi stand natürlich im Traffic, das ist ja ganz klar. Also wie jedes Auto in Amerika. Und dieser Taxifahrer hat gesagt, da war keine Gefahr. Nein, da waren Fotografen, aber es war keine Gefahr, sondern es war ein bisschen chaotisch und das hat ja auch der eine Polizeisprecher gesagt. Und was ich halt so krass finde, wir haben ja Informationen, dass ein Netflix-Team auch, also in einem dieser Autos war wohl auch ein Netflix-Team dabei, die natürlich jetzt auch wieder filmen, die waren auch bei der Preisverleihung wohl dabei, die natürlich filmen für eine Fortsetzung der Dokumentation, die ja da bei Netflix läuft, über Meghan und Harry. Und die waren auch dabei. Und Harry hat ja aus dem Auto, du siehst Fotos, wo er sein Handy hält und wo er filmt. Und du siehst Meghan daneben sitzen und du siehst die Mutter von Meghan daneben sitzen. Meghan lächelt, Meghan sieht entspannt aus, auch die Mutter guckt so unter sich. Es sieht aus, als wenn sie auf ein Handy guckt. Also das sind keine Momente, wo du denkst, du hast jetzt Angst um dein Leben oder du wirst jetzt da bedroht oder verfolgt. Und da frage ich mich natürlich, was soll das jetzt schon wieder? Naja, das klingt, also so wie du es gerade darstellst, wurde das extrem überdramatisiert. Ja, und es war ja, muss man auch fairerweise sagen, der Sprecher, selbst der Sprecher von Meghan und Harry, hat ja von Anfang an gesagt, eine beinahe Katastrophe, eine beinahe tragische Verfolgungsjagd. Also immer dieses beinahe. Ja, aber trotzdem Verfolgungsjagd, Katastrophe, das sind ja Wörter, die lösen Trigger aus. Natürlich. Das weiß ja jeder. Und damit verfolgst du doch ein Ziel. Wenn du sowas sagst, dann weißt du doch ganz genau, die ganze Presse, jeder da draußen wird sagen, oh was, Katastrophe, oh was, Verfolgungsjagd. Und dieses, ich finde schon fast, das ist ein Spielen, ein bewusstes Spielen mit dem Schicksal von Lady Diana, die ja nun mal, nein, sie ist nicht gestorben, weil Paparazzi sie verfolgt haben, sondern es war eine, sagen wir mal, eine Verkettung von sehr unglücklichen Umständen an diesem Abend im August 1997. Ja, sie wurde verfolgt, weshalb sie schnell weg wollte, der Fahrer war betrunken. Es ist sehr vieles an diesem Abend passiert. Man kann nicht sagen, nur der war schuld oder nur der war schuld. Dennoch ist es so, dass das die meistgejagte Frau der Welt war. Sie wurde am meisten fotografiert. Genau, sie hat natürlich auch gespielt mit dem Paparazzi, das muss man sagen. Sie hat natürlich auch Fotografen, das wissen wir ja alles heute, sie hat natürlich auch Paparazzi immer wieder angerufen und wollte auch bestimmte Fotos, sie wollte bestimmte Szenen, sie wollte bestimmte Gesichtsausdrücke. Dass es dann in diesem Tunnel in Paris so tragisch endet, das ist natürlich eine Katastrophe. Und wie du sagst, der Fahrer war kein professioneller Fahrer, der war auch noch angetrunken, war ganz, ganz schlimm. Aber wie du sagst, auch natürlich Harry und Meghan wollten jetzt, dass du sofort mit dieser Meldung, die sie rausgegeben haben, wollten sie natürlich, dass du sofort an den Unfall seiner Mutter denkst. Und das finde ich wirklich schlimm. Und warum? Warum tut er das? Warum tun sie das? Nur Aufmerksamkeit? Also die haben sie doch. Naja, zu zeigen natürlich ihren Fans, zu zeigen, hey, seht her, es geht uns wirklich schlimm und alles, was wir erzählen, stimmt. Und die Paparazzi jagen uns. Aber wie gesagt, wer auch nur zwei Sekunden gerade ausdenken kann, weiß, du kannst keine zwei Stunden durch New York in der Verfolgungsjagd machen. Das geht nicht. Und es wurde ja sofort dementiert, sogar von der Polizei. Und trotzdem geben sie keine Ruhe. Sie haben ja jetzt gefordert von der Fotoagentur, dass die Fotografen ihnen die Fotos geben. Die reagieren aber ganz cool und sagen, nee, wieso? Kriegt er nicht. Wir sind hier in New York und wir sind die Paparazzi hier in New York und es ist unsere Fotoagentur und wir geben euch gar nichts. Die wollen natürlich jetzt auch die Beweise vernichten, die es jetzt natürlich gibt und die ja jetzt auch mehr und mehr in der Öffentlichkeit auftauchen. Und Tanja, weißt du, wenn du das nicht möchtest, wenn du keine Fotos möchtest, keine drei Fotografen, die hinter dir herfahren und so, dann zieh dich zurück. Ja. Zieh dich zurück, zieh dich aus der Öffentlichkeit zurück, sag, ich möchte mit dem ganzen Schwachsinn nichts zu tun haben, das ist mir alles zu viel. Ich ziehe die Konsequenzen aus dem, was mit meiner Mutter damals passiert ist. Ich möchte ein ruhiges Leben führen, aber mach keine Deals mit Netflix. Netflix, schreib kein Enthüllungsbuch, was für so viel Aufmerksamkeit sorgt und quasi an den Palastmauern rüttelt und mach Podcasts und dies und das und inszenier dich als Glamour-Paar, wenn du das alles nicht möchtest. Genau, und dann gehe ich auch nicht zu einer öffentlichen Preisverleihung und nehme einen Preis entgegen für Frauen mit Visionen. Da kam sie in so einem goldenen Outfit, das hat mal eben schlappe 11.000 Dollar gekostet. Also auch das wieder so ein Widerspruch, weil sie ja immer sagt, sie engagiert sich für die Ärmsten der Armen. Ja, dann kommt sie zu so einer Preisverleihung in einem 11.000 Dollar Outfit und genießt natürlich auch das Rampenlicht, ist ja ganz klar. Aber wie gesagt, was ist schlimm daran, alle anderen sind ja auch über den roten Teppich gegangen und da waren keine bösen Paparazzi an dem Abend.